Jo Leute und damit Willkommen zurück zu live in The Wots mit dem Flash Metzettos, hallo, 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 hallo Die Mods sind jetzt drauf Top Das klingt relativ schnell Und nicht nur die Mods Die Texturen haben sich auch verändert komplett Obwohl ich das hier schon sehe, wie geil das aussieht Ja, aber ich glaube, hier muss man das nochmal ein bisschen anders machen Das heißt, vielleicht ein bisschen mehr connected hier oben Siehst du das? Du meinst jetzt das Holz mit dem Stein, ja? Ja, ja Ja, klar Das muss halt nochmal ein bisschen geendet werden Ich glaube, ich habe da ein paar Blöcke Und da macht man vielleicht noch eine Reihe Half-Steps Die habe ich glaube ich nicht, ja So weit, was da ein bisschen mehr connected aussieht Ja gut, wie gesagt, TomCraft ist jetzt drauf Ender.io und ja, Botanien Genau Und dann in der Zeit, wo er zugange war, dachte ich mir Das hatte ich fertig Erstmal Bautserver gemacht Da getestet Ging er natürlich schnell Ja, weil es schon die richtigen Versionen waren Was ich gut fand Herzlichen Dank Dann sehe ich Alle Scheiß-Texturen Da habe ich mir von Agraean Sky 2 hingenommen Von Sky und drauf gezogen Und dann habe ich geguckt Eigentlich kannst du noch Sachen austauschen und so Weil Bei einigen ja trotzdem Texturen gefehlt haben Rausgesucht, rausgesucht, rausgesucht Jetzt muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen, wie es aussieht Jetzt muss ich mich nur dran gewöhnen, wie es gerade aussieht Ja, nur was halt fehlt ist von Plant Mega Pack Da habe ich nicht wirklich was gefunden Da ist teilweise Ist das drin? Teilweise aber wieder auch nicht Okay, und ich werde So, ob ich den Easy Wires Keine Ahnung Dings da reingemacht habe Was ich nochmal schnell was gucken wollte So, und ich werde Einfach mal was ganz lustiges machen Ob das vielleicht Reingezogen ist Keine Ahnung Gibt's gar nicht viel Okay So, Foamcraft Den Easy Crafting Kopieren Ja, damit werden wir aber später anfangen mit Foamcraft Ja, und mit Botania bei mir auch Ich muss nicht Ausbauen Ich kann auch nicht um eine Idee wieder Ja, ich werde mich jetzt nämlich darum kümmern, dass das da hinten schon mal so ein bisschen anfangen soll Oh, was ist denn mit dem Hund los? Also nicht Da rein Und dann Wie spät haben wir jetzt? Bestimmt Postbote Okay Vermutlich Postbote Hm? Awww Kommen wir wieder Ja, dann Woho, 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 woho Ehm, nochmal Ein Father featuring Nein, so lieben. Warum nicht? und so im moment leute bei mir geht es gleich weiter die menschen unterhalten und ich hab mir gerade einen schokodrink geholt rein damit strom auseinanderziehen was musst du wieder machen mhm, cheaten? mhm, natürlich doch einmal minecraft nur starten ach so was war denn los? mach ich mir schon sieht jetzt ein bisschen alles ein bisschen schöner aus dann bin ich gesehen bei easycrafting hat er den gewinnrattertei nicht geladen ok da bin ich ganz reingegangen bei textur dann bei facts rein da in den textur und da rein wird die textur jetzt reingezogen dann sollte er easycrafting auch drin haben jetzt also die auto-crafting table und so mhm kaktus, 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 green, all green ok kaktus green Doch, klar. Okay. Und du bist selber. Ähm. Da. Nein, 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 nein. Guck ich gleich nach. Nö, 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 nö. Das ist doch echt. Nö. Wann hast du die denn gebaut? Ach ja, ne Aufnahme, ne? Was? Die Windmühle. Ja. War nämlich vorher nicht. Genauso wie das hier. Auch mit dem Melon hier hinten. Was der hier veranstaltet hat. Gesehen hat das es, aber das weiß ich. Ja. Und zwar auf Screen. Genau. Aber so noch nicht. Hier verballert er halt die Kerne. Er teilt sich ja nur auf, ne? Und hier halt die Melon. Ach ja, weil das ist ja grad mit Strom. Stimmt ja. Ach, hast du eben den Generator fertig gebaut? Ja. Ja. Voll, wo ich die, wenn ich geguckt hatte, war ich nicht fertig. Ne, da stand noch, keine Ahnung, erst sechs Blöcke. Ja, gar nicht sechs Blöcke, gar nicht. Das Blöcke gar nicht mehr, ne? Ey, hier ist es. Bist du die Melon? Wieso? Hast du das erstmal ausgemacht gehabt, oder was? Bei der Wackon unten im Trichter drin ist. Jaja. Achso. Weil. Funktioniert ja auch so. Meinst du das? Man sollte nur den Magnet aus haben dabei. Ne, warum? Wenn man ein bisschen rumgeht, nimm irgendwann die Dinger auf. Die Obsidian. Den Knopf hab ich nicht gefunden. Ja. Ohne Texturen. Ja, ohne Texturen war der versteckte, war ganz schön, ganz lustig. Ja, selbst wenn Obsidian Pipes nicht da sind, dann fällt der Rest ins Wasser und dann fällt alles da hinten in den Trichter rein. Ja. Hab ich schon gesehen gehabt. Hab ich schon gesehen gehabt. Hab ich auf dem Baud Server. Wo ich dachte, das war der andere, der normale T-Server. Weil ich das auf dem Ender genommen gehabt und guck gehabt. Ne, ne. Ne, und hier wollte ich jetzt halt mit der Capacitive Firebank gleich machen und davon kann man schnell was bauen. Mhm. Aber dazu nutze ich ja schon Ender ja auch, wegen den Fluid Pipes. Die sind günstiger. Ah, dieser Schokodring ist voll geil gerade. Yeah. Ja, ja, ja. Jetzt wird schon in die Dunkel. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall suchen, dass ich diesen Mega Plant. Irgendeine Textur dafür. Auch in Textur. Ja, das glaub ich ganz schön. Boah, ich glaub das ist, ja, wenn, ich hab's halt gefunden. Ja, du musst dich bei, mit die Craft irgendwie einloggen. Okay. Das hab ich grad nicht. Ging grad nicht. Ich hab da ja einen Account, weil ich mir, weil ich einfach mal das Soundpack, viel bezahlt hab. Okay. Hm. Die Textur hat auch nicht mehr genommen. Hm. Wow. Zombie, wo kommst du denn mit einmal her? Weiß ich nicht. Aus der Tiefen. Boah. Wie das die wieder lag, ne? Ich weiß auch nicht, was hier unten, was hier so los ist. Und so, dann mach ich das jetzt nochmal. Hier. Key. Key. Was das denn? Key of the King flow. Okay. Total. Okay. Hm. Na ja, die Textur nicht. So. Schoko trinkt alle. Hm. Schade. Schau mal. Doge. Ja ja. 4. Und davon hat er nämlich nichts. Oh, weiter geht's. Ja, die Doge, die Drawers, bei uns so Plenty packt. Fehlten auch noch die Tippskuren. Ja, okay. Muss ich gucken. Ähm. Den nehmen wir nicht. Dafür. Das, das, das. Das. Und jetzt nicht. So weit ihr direkt sollt. Uppsala. Was ist denn da passiert? Du wirst. Wer? Du. Na, Quatsch. Quatsch. Gut, dass hier noch ein Crafting Table ist. Dann gehe ich gleich mal runter. Und schalte die aus. Wir können ja mit Framesome machen. Sonst die Items dann daneben ranhängen. Und dann wissen wir auch, was was ist. Das ist nicht das Problem. Ne. So, zack, zack. Gleich brauchen wir den. Ach, Sticks haben wir ja hier drin. Wo ich grad sehe. Hm, das fehlt ihm denn. So. Ach so. Dann. Roten Stein. Gold. Und Gold Nuggets. Denken warten wir ja hier Gold. Klar. Klub, klub. Eine Kapastellverbänk. Da haben wir auch noch nen Weg. Und Table. Wo ist denn das Buch dafür? Wo hab ich's denn? Du hast grad weggetan. So. Oh ne. Irgendwann. Hm. Tools in Machines. Ne, das ist es nicht. Biodiesel. Eine Enderpeller, wie nur. Egal. Biodiesel. Also das ist noch die Maschine, die ich auch noch bauen muss. Ach du Scheiße. Ich weiß ja nicht, ob wir auch später noch nen Monsterfalle bauen wollen. Hm. Können wir. Können wir auf jeden Fall machen, so. Ja. Auch Enderpellenfarm, ne? Ja. Ich brauche, ich brauche, welche Zettel ist denn aktuell? Das ist... So. Das wäre der nicht. Das wäre der hier, der weg kann. Ähm. Frames. Das ist, ich brauche auch mal. Steel Kesskefoldings. 8 mal. Leder und Sticks. 6 mal. Light Danger Naming. Da hatten wir Leder. Und Heavy 27 Stück. Alter Schwede, ey. Arschoffen. Mh. 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 Aber kräftig den Arschoffen gerade. Mh. So wie immer. Weiß ich nicht. Materialfresser. Vieles ist Materialfresser, weißt du nicht. Und zwei. Okay, davon haben wir noch... Mach ich mal so. Angepflanzt haben wir davon auch noch welche. Angepflanzt. Angepflanzt. Dann komm gut. Können die da ja abernten. Jetzt können wir die halt aber erstmal hochzüchten. So. Hab ich noch, hab ich noch, hab ich noch, hab ich noch. Hab ich noch zwei Stück von. Hast du noch, hast du noch, hast du noch? Hm. Ja, was ist das denn? Das ist Cobblestone. Möchte ich den denn nutzen? Geht. Perfekt. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr waterproof Kaka. Du 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 du. Lalalalalalalala. Ah. Geh mal auf die See, die müsste eigentlich doch was haben. Ja, das sollte aber reichen. Das will ich nicht. Neu. 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 Aua. Neu. 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 da rein ich brauche eigentlich ganz viel weg mit euch pflanzen unter wasser ich brauche euch alle